Herzlich Willkommen zurück zu Yu-Gi-Legacy of the Duelist mit Sanky und Wärtsameiter Wendigkeit ein Herz aus Eis bin ich mal gespannt wie spiel mit Jaden Yu-Gi Jaden Yu-Gi gegen die nette junge Dame Alexis ich glaube die wird dann die wurde immer von ihrem Bruder Alexi genannt und das war nicht unangenehm aber die heißt Alexis also halt nur das S weggelassen ja gut was soll's was jetzt ist dein scheiß ernst die spielt mit ach du kacke spielt mit dem wasserdeck ich war schön bekloppt oh alter kotz oh warte mal Rettungsprescher Einmaler Spielzug kannst du 500 Points für jede Karte in der Hand deines Gegens erhalten. Schaff die weg. Und die. So dann spielen wir die Karte. Und hauen uns auf den Friedhof. Ja ich will schon was die andere Denkmaschine. Ne ne ne. Die meisten denken hier in der Nähe. So das Spiel mit die Karte. Dann spielen wir die Karte. So dann spielen wir die Karte in Sparkman. Und wie wir sehen reicht es nicht. Oh Gott. Welche Versionen habe ich denn? Den. Nice. Prüste an der Madness Sparkman wie diese Karte aus. Während der Manface kannst du ein offenes Monster wählen. Wählen andere die Position. Oh cool. Nice. Mach ich. Das rechte Gorsch wird bekloppt. Oh. Mega geil. Stehe ich total drauf. Nein noch nicht. Nein noch nicht. Immer noch nicht. Okay. Auch wäre eine Möglichkeit ein starkes Monster zu beschwören. Warum näher die Lebenspunkte mitnehmen wenn sie schon da sind. Ich kann nicht angreifen. Ich. Ich. Dieser kleine Drecksack. Ich kann angreifen. Oh leck mir doch am Fuß. Mir die Branchen angreifen. Der hat nur 800 Angriff. So. Die alte wird mit Wassermann zu spielen. Ich kann. Was hat ihr den Effekt genutzt? Oh ne. Oh ne. Alter. Was ist das denn? Das bringt mir auch nen Scheiß. Gute das bringt mir auch nix. Äh. Auslenken. So lange muss. Ich habe einen Schaden. problem ich werde wieder verlieren ich werde schon wieder das ist wie karten gibt das ist ja der wahnsinn und da kann es wie einfach so spiel mit jeder war so richtig so eine richtig kleine drecksau kein schiff geben bringt nichts was will ich denn da machen was ist denn das für eine hand alter kotz ich kurz echt im stehen es fängt schon wieder so beschissen das ist der wahnsinn warte mal wie wir ich habe damals warte mal alter was ist denn das für ein scheiß deck ich habe damals ich werde bekloppt und was für was werfe ich natürlich weg rüstungsbrecher rüstungsbrecher uchama mega geil stehe ich total drauf also ein schwachsinn was war dort ich kotz dem stehe das ist der wahnsinn rot auf der kiel meis erlöst mich von den leid was ist das alter schwede ist der bure wahnsinn was ist so 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 das platz hat sich wahrscheinlich gerade minimal gewendet so 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 beherrschen aber schon mal monster okay als geblie die aktuelle droit die 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 diese kannst du dann also das ist so lächerlich eigentlich nicht ein empfängermonstern das ist ein empfängermonstern ich bin ein normales kotz zumal das natürlich jetzt nicht am start das ist so schwer das ist so einfach so ein spaß sind ohne witz und wenn der jetzt wieder den scheiß also wenn jetzt schon wieder den scheiß drache legt dann werde ich böse und 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 wie kriegst du jetzt am schnellsten vom friedhof warte mal und 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 gut das war jetzt anders geplant als ich das jetzt wahrscheinlich machen werde aber okay ein paar spielzug oder diese karte aus links das spielspiel auf einen kampf das war der gratis schlag der verdammnis definitiv da hat er eine gute junge einfach mal bewiesen das war ein kampf jetzt hier als maul dieser scheiß wassertrache schwierige liebe mit ein cyber dagegen gegen die gegner rolldeck das wird zucker das war das 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 Ach du Schei... Ah, die hat die Karten drin. Warte mal, das ist eine Fusion, oder? Kann das sein? Ja, das ist eine Fusion. Warte mal, ich habe... Einen Teil habe ich schon mal am Start. Ich spiele eine Fertidie. Ist das dumm ist? Ich kann... Ich muss noch mal lesen, welchen Effekt diese Scheiße. Wenn diese Karte beschwören wird, du kannst zwei Riot-Monster in deinem Friedhof... Ach so Scheiße. Okay. Na gut, es ist ein bisschen blöd, hier am Anfang zu spielen, wenn man dafür zwei Riot-Karten vom Friedhof wieder in der Hand nehmen kann. Dein Ernst jetzt. Das ist ein Scheißernst. Das Ding hat 3200 Angriff. Geht aber dann in der Runde auch tot dann. Das muss man... Das darf man ohne vergessen. Ah ne, der kriegt... Scheiße, der kriegt nur Schaden. Ähm... Äh, das war jetzt nicht so... Scheiße. Ja, ja... Ja, oder? Also je... Das ist gut. Wie ist das? Nein! Oh Gott! Oh Gott! Wie geht es? Scheiße. Akkw diese Karte nur, wenn ein Effekt aktiviert wird, der Schaden zufügt, anodiere Sende. So, da werden wir uns mal ein paar Schadenspunkte holen, ne? Sonst wird das hier nichts. So, da werden wir uns mal ein paar Schadenspunkte holen. Ey, niedriger. Oh, Scheiße. Fuck, ich hab jetzt echt gedacht, ich kann mir hier auch schön... Oh nein, Steamroid. Ah, ist egal, ist egal. Ist egal. Der kriegt 500 Minus, wenn ich den angreife. Das passt schon. Das ist der Nachteil an dem Monster. Oh nein, Steamroid. Oh nein, Steamroid. Kleine Drecksage. Ich hab die ja nicht mal in der Hand. Was hab ich grad weg und den im Stehenweg. Ne, den brauerischer jetzt. Und Submarine Road anzugreifen. Auch wenn ich weiß, dass es nicht so runter tot geht. Finde ich das jetzt zu, aber ich muss angreifen. Weil sonst geht der Mann an den Griff, greift mich an und geht in Verteidigung. Und ich kann das dagegen machen, wie es... Das gibt es doch nicht. Ich ziehe hier Karten und Karten und nichts passiert. Ey, das ist doch zum Kotzen. Ich ziehe hier Karten und Karten, das ist ja pure Wahnsinn. Oh, okay. Okay. Der Entscheide ist ernst jetzt. Oh, der Kampf ist so sinnlos So sinnlos in die Länge gezogen Oh, Schkotz So sinnlos So sinnlos So sinnlos So sinnlos so das ganze monster von friedhof suchen den anlegen das hat der club die adk dazu so ist es also so ist es dann aufgewollt mit dem 5 körper du hast die fünf gehörte tragen friedhof ich wirst das ding und kriegt das ding 5000 plus ich hasse diesen peter zum glück habe stehen drauf genommen gehen andre das war dann von 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 dem bruder von verglichen der schiff gerade mit dem gespielt scheiße dann fällt mir gerade ein das war zu seiner bösen zeit zu seiner guten zeit hat er mit diesen cyber drachen gespielt dass wir den cyberdeck und dann wurde die sommer so die böse zeit hat immer so negativ war alles kommt es ist alles dominieren wollte hat er dann halt diese finsterndes karten mit rein gehabt diese diese drei die er gerade gesät habt hand der richtigkeit das wird spaßig aber das ist natürlich ja das im nächsten part von video legge sie auf die du lässt mit seinem chemiker zu meiner menschkeit das bleibt dran gehen wir haben wir den überhaupt noch okay also ein paar portzwerden ok ein paar portzwerden es noch die über bestreiten müssen es wird definitiv lustig definitiv aber in den seite wünsche ich euch noch einen tag haut rein leider macht den gesamt von das jay